Ja, ihr könnt es gar nicht hören, selbst wenn es im Spiel wäre. Mal gucken, mal jetzt. Das ist ja krass. Egal was ich mache, der Ton ändert sich, das Zoom. Vom steht auch nichts drin. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir das hier irgendetwas zerdeppert. Okay, jetzt ist der Zoom weg. Okay. T Open Close Tutorials. Welcome to Model Manager Demo. We recommend you to follow the task and the tutorial order. No electricity, T. Turn the power on. Muss ich jetzt mit T das Ding schließen? Turn the power on. Go to the power room. Switch the pole power using the levers. Das hier? No power. E. Da steht aber eine ganz andere Zahl. Ich habe viel weniger Geld, als angezeigt wird. Okay, ich habe Hunger. Es gibt Energie. Energy over sleeping. Okay. Shop dirtiness. Office dirtiness. Okay. Ja, 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 ja. Wenn your energy is depleted, you can't run. Sleep in bed. Eat or drink to gain energy. Okay. You also fast forward time when sleeping. Ja, alles andere wäre ein bisschen dumm, ne? Okay. Ähm, ich muss mal ganz kurz. Set your computer, go to the office, hang the power outlet on the wall, attach the computer plug in. Was? Das Shop. Ich will zum Office gehen. Wo ist denn das Office? Da hinten? Standzone-Motel. 1,100 Dollar. Okay, das ist nice. X-Log. Was ist denn Log? Äh, ich weiß, was... Häh? Ach so, hä? Ist das ein Müll? Mehr Müll? Hang the power outlet on the wall. Drinnen, draußen? Und für ein Power-Outlet. Ah, warte mal. Nee. Nee, okay. Ähm. Hang the power outlet on the wall. Was, was, was... Was do you want? Was? Das sieht noch ganz ordentlich aus. Aber was ist... Das ist mein Bett, ne? Alles klar. Alles klar. Ah, was sag mal hier? Und wie attache ich das jetzt? Use. No electricity. Lock. Ich weiß nicht, was dieses Lock und Unlock soll. Hä? Warte mal. Mit X kann ich's nicht... Kann ich's nicht mal mit der Maus wegnehmen. Alles klar. Aber... Wie schließe ich... Ah, hier, guck mal. Oh, ich hab da die Musik schon leiser gemacht oder den Ton. Pick up placement... Äh, pick up and placement. Hold shift to pick more than one object. You can lock objects to mark them as not pickable. Ja, das hab ich grade gemerkt. Use the trash can, warehouse, to pick up the small trash. The warehouse. Na klar, the warehouse. Oh, gut. Das hier? Ne, trash can, ah, das hier. Use the broom to clean. Aber ich muss das immer noch immer... Ja, mein Office. Mit shift soll ich das jetzt klicken? Oder kann ich das jetzt... Kann ich einfach so... Ne, da stell ich das Ding ab. Das ist ja mal wieder sau dämlich. Das ist... Was ist denn... Wo soll das jetzt hin? Mehr kann ich nicht nehmen. Wo soll das jetzt hin? Use the broom. Ne, ich muss doch erstmal den Müll loswerden. Ich würde ihn ja gerne... Ach, dump, da steht's. Guck an. Das stand vorhin nicht da. Okay, dass ich da shift halten muss, ist auch ein bisschen... Ist auch ein bisschen dump. Okay. Aber man gewöhnt sich an alles. Fast. Okay, vier Sachen können wir aber aufnehmen. Und das dann auch machen. Kann ich das jetzt wegdumpen? Ja. 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 Wobei, wenn ich shift, wenn ich das Ding in der Hand habe und ich drüber shift, dann leuchtet der Müll auf. Ne, er leuchtet auch so auf, wenn ich... Wenn ich noch in der Nähe bin. Okay. Ähm. Was habe ich hier, glaube ich, erstmal nix liegen? Kann ich den Mülleimer vielleicht hier herstellen, bitte? Was ist jetzt passiert? Okay, ab 17 Uhr gehen die Lichter an. Ähm. Use the broom to clean. Home requirements. Room must be clean. All inside build pieces placed. Necessary equipment placed. Attached. Door, sink, toilet, bathtub, heater, and curtains. Curtains waren, äh, 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 Vorhänge, ne? Has specific sockets in the room. Sometimes we need more than one of the same equipment. Check equipment status in the rooms tab on the computer. Nicht im Raum selbst. Also war ich noch nicht ganz fertig mit sauber machen, ne? Ja. Wo können wir noch mal... Weiß nicht, ob das was bringt. Jetzt würde ich die Zimmer sauber machen, ne? Place two ceiling lamps on room number one. Ja, dann nehmen wir jetzt das Müllding mit. Dann gehen wir hier in der 1. Ist aber dunkel, ne? Cool ist, dass der Müll aufleuchtet. Teilweise. Wo noch nicht sauber. Habe ich eigentlich ne Taschenlampe? Moment. F. L. Ne. Aber ich hab gleich Hunger. Oder? Also die erste Anzeige ist Hungeranzeige. Wo krieg ich denn was zu essen? Wie soll ich... Äh... Äh... Warte mal. Äh... Sag mal. Äh... 30 Ich hab Hunger Meine Stark bläst dann den Sturm angesagt Ah, das ist empty. Wie wird das jetzt geliefert? 2.10 Da bin ich doch verhungert Hab ich Hab ich ein Inventory? Einmal nicht Durch die Wand kann ich nichts nehmen Sicher eine Wand Ja, eine Toilette oder sowas Wann kann ich das nicht nehmen? Ja Ist auch noch sehr leise Was Musik angeht Moment Ach nee, das ist ein Anschluss hier Weil das das Badezimmer ist Alles klar Hier liegt noch Müll Kann ich nicht nehmen Ach, das ist auch ein Anschluss für Heizung Wahrscheinlich Okay, ist das sauber Ähm Find two ceiling lamps In the warehouse Okay Natürlich kann ich immer noch eine Lampe mitnehmen Ne Hab die überhaupt angewiesen? Ne, ne, bei mir nicht Place Kann ich die überall hin hängen? Scheinbar X-Log Gibt's hier einen Lichtschalter? Ich sag nicht, das ist mein Fußabdruck Aber es gibt halt keine Ingame Musik Wollt der Bart nicht auch Licht sein? Was ist das? Was für die Dusche? Okay Scheinbar kann ich aber auch nicht verhungern Vielleicht ist es vielleicht bloß da Dass du dich ständig irgendwas frisst Um deine Energie aufzuladen Denke ich Ähm Hold E And drag while picking Picking a box Roller to place Build Peace paint Braucht er nicht noch Farbe? Clean the room Get the floor pieces from the warehouse The floor pieces The room is clean Okay Floor pieces From the warehouse Warum ist das hier aus? Hat er einen eigenen Lichtschalter hier? Hä? Hat der Andi keinen Lichtschalter? Okay The floor pieces Also Boden Also Boden Gließen Das hier dann, ja Das wahrscheinlich für das Hauptsame Und das für das Den kann ich auch bloß eins nehmen Ja Der wartet Was ist das andere? Ja Das hier dann Das hier dann Das hier dann Was ist das Ähm, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Oh, wait, was? Ah. Ah, die Zahl oben zeigt an, wie viel da ist. Alles klar. Haben die auch gesagt, mit E, ne? Er hat ja auch wieder. Nee. Der wartet, bis ich soweit bin. So muss das. Ich will das Part jetzt nicht machen, im Fall, der sagt, im Fall, das ist auch eine Mission. Mit E. 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 Okay. Halbes Hausflipper hier. Ich glaube, die Paint ist alle. Kann ich das essen? Nee. Ich dachte, ich kann das essen. Tschüss. Muss das Bad dann auch gepindelt werden? Wahrscheinlich, ne? Direct ist spitz auf Boxen. Hä? Oh nee, das hier brauche ich. Die Decke auch? And the Ceiling. Okay, wahrscheinlich hier drin dann auch, ne? Obwohl, nee. Ceiling ist die Decke. Fällt mir gerade so ein. Und die Decke auch? Aber das kannst du machen. Reicht ihm nicht. Hat er doch hier drin noch. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Tü, tü, tü. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Hey. Okay, keine Energie mehr. Ich kann nicht mehr rennen. Tü, 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 tü. Buy room necessary equipment. Check number and type of necessary equipment in computer rooms. Okay, um, computer delivery. Equipment. Ach du kacke. Bonus 50, tü, 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 t Blanket ist die Decke. Die kostet alle gleich. Kissen. Kissen bringt Bonus, aber ist doch Pflicht. Eine Tür wollen sie haben. 20 bringt 0. 25, 50. Ah, warte. Max Room 2. Warte, dann brauchen wir mal 2 davon, oder was? Max Room indicates the max of the same equipment type you can place and receive Bonus for. Ah, okay, 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 okay. Die Tür haben wir. Lampen. Ich habe da jetzt aber schon Lampen reingehangen. Brauche ich nochmal Lampen? Hä? Das ist ja günstig. 25 Dollar im Bad. Bleibt da nur noch das Loch im Boden. Eine Toilette. Toilettenpapier. Unterheizung. Können wir auch die teure nehmen. So, theoretisch hätten wir ja dann alles. Vehicle Small. Kannst du hier machen? Van Big. Achso. Können wir das mit dem Truck anliefern lassen? Ah, da steht, was es kostet dann. Ja komm, scheiß drauf. 50 Dollar. Hauptsache, es kommt alles an. 6 Stunden. 4 Stunden. Ran damit. Okay, hier kann ich mir selber die Fahrzeuge kaufen. Not ready. Ja. Click on the room to see more details. Das ist clean. Build Pieces Floor 209 von 211. Wo fehlen denn noch drei? Erzähl mir nicht in der Tür. Walls. Ist es doch alles? Auch wieder drei Stück. Da, die Lampen sind drin. Okay, hier steht, was wir alles brauchen. Gut. Äh, war das jetzt das Auto? Ich habe keine Angestellten. Don't have product outside, product boxes outside, otherwise they will be damaged. Was? Hihihi. Oh, wenn ich nicht rennen kann, kann ich nicht rennen. Oh, das ist jetzt clever, die Tür als erstes einzubauen. Hä? Lock. Nice. Das ist die schönste Tür der Welt. Oh, das ist echt schlimm, wenn du nicht rennen kannst. Ich könnte schlafen, fällt mir gerade ein. Hat er jetzt automatisch gesetzt. Wird gelockt. Jetzt weiß ich, wenn ich schlafe, ob dann das Auto weg geht. Der Truck. Oder ob der wartet. Okay. Okay. Jetzt rüber mal auspacken, mithelfen. Wenn du es so eilig hast. Okay. Das ist das. Das ist das. Äh, ne, ich wollte... Na, was? Das... Was? Ich kann auf das Batchel... Jetzt wollte ich gar nicht. Hahaha. Äh, ich wollte es eigentlich hierher tragen. Damit das hier irgendwo reingestellt werden kann. Bitte. Okay. Okay. Und eigentlich wollte ich hier schlafen. Damit ich hier ein bisschen rennen kann. Das habe ich ja auch ins Warenhaus gebracht. Ins Lager. So, das reicht jetzt aber auch. Okay. Essen ist nicht überlebenswichtig. So, ich nehme das Bad, die Wanne, ist gelockt, funktioniert auch sofort. Okay. Entschuldigung, da muss es hin. Und hier ist Waschbecken wahrscheinlich. Das war Toilettenpapier. Ja, das ist wichtig. Wie viel habe ich denn da vorhin? Brauchen die zwei? Ja. Das war, glaube ich, das Handtuch. Hier im Dunkeln. Wo soll ich denn? Wahrscheinlich auf dem Schrank oder sowas. Wer braucht da Rohrverleger? Da haben doch schon Abflüsse rausgeguckt. Da haben wir schon Rohre geguckt. Da könnte ich die auch bloß da hinsetzen. Und das muss das Bettlaken sein. Ach, kann ich gar nicht. Muss ich so hinlegen oder was? E-Placesheet. Okay. Mit E. Dann kommt das Kissen. Obwohl, das Kissen kommt auf die Bettdecke, oder? Na, ist egal. Er wird schon ordnen. Ich locke das. Wenn ich das locke, können auch die Gäste das nicht wieder wegmachen, das Kissen. Okay. Und das lege ich jetzt einfach so drauf? Ist das zumal jetzt fertig? Ne. Was fehlt denn noch? Hä? Not ready. Toilet Paper 1, Toilet Paper 2. Ich habe doch zwei Stück hingepackt. Ist das das Problem? Dass ich zwei habe? Ich muss das Toilettenpapier wieder wegräumen? Not your really fucking... Oh, falsch. Sorry. Der sagt immer noch nicht fertig. Ready, 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 ready. Missing. Ah, wir brauchen eine zweite Tür, oder was? Door 2. Ja, okay. Wir brauchen eine zweite Tür. Na klar. Für die Toilette. Das muss ich doch bestellen. Nicht blödi. Okay. Remove Plug Before... Was? Ich will nicht removen. Ich will ihn benutzen. Wäre es doch nicht cool, wenn man jetzt in den Räumen hingehen könnte, da hingehen könnte und sagen könnte, bestell alles, was fehlt. Oder pack es ins Dings rein. Das wäre doch mal geil. Nee, das ist heute sechs Stunden. Nee, komm. Fast. Zack. Was ist alles andere? Was ist das? Can't fit one of the products in this vehicle. 8,42%. 8,42%. 8,42%. 8,42%. Okay. 50,42%. 50,42%. number 1,2%. 50,42%, 50,505%. 50,500. Ich gehe davon aus, dass dann hier mehr hinkommen. Oder Parkplätze. Was ist denn das hier? Der Pförtner? Ah ne, meine Energie. Emergency. Post. Okay. Eigene Tankstelle. Das deutsche Entwickler? Oder haben die einfach das Nummerstuhl genommen? Hä? Guten Tag. Ja. Wenn ich das Trinkgeld wäre. Nicht nur das Trinkgeld, bei den Einmischen. Die Preisangaben auch alle ohne Steuern. Die musst du noch rechnen, dass wir Amerikaner so gut rechnen können. Ich habe 100 Dollar als Belohnung bekommen. Nice. Open the motel. Computer Home. You can close the motel if you don't have aviary rooms. Okay, dann können wir noch den Namen ändern. Was? Computer Home. Ich bin Home. Wie opene ich das denn? Ach hier. Find a Fuel Jerry Can. Check the Power Room. Fill the jerry Can. Fill the jerry Can and place it in the Power Room. äh, hier wie funktioniert das jetzt? Hä? Start Haben wir nicht ein Auto angefahren? Achso, ich habe die Delivering noch gar nicht abgeschlossen Das ist das Office, ne? Das heißt, wenn ein Kunde kommt, müsste er hierher kommen Ich habe nur Platz für einen, warum kommt der hier zu viel? Ach ne, der kommt gar nicht So, kommen wir mit einem Smart Steckt so richtig aus, meine Güte Ich habe nicht mal Schlüssel hier Interact with the Keyholder Oder, go, to retrieve lost keys Put room key On the desk In the eye of the customer And went to room Wie interakte ich denn mit dem Kunden? Ah, start talk Take this room Kostet 206 Ich glaube nicht mal auf dem Golfplatz, oder? Jetzt muss ich wieder zumachen, oder? Order fuel for the station Computer delivery fuel Habe ich auch noch eine Tankstelle, oder was? Habe ich ja alles, oder was? Open the gas station Dein Ernst? Wo, was? Computer home Achso, stimmt Glaube ich ja wohl nicht Wait for the first gas station Hä, ich mache hier alles? Ja, ich mache hier alles Ich habe doch schon wieder vergessen, wo die ist Rennen kann die auch nicht mehr Ah, hier Und wo kommt die Lieferung hin? Hier Kostüme at one fuel Wo? Guten Tag Fuel The fuel order amount is between the two red indicators in the screen Welcher screen? Wahrscheinlich, wenn ich hier Das Ding nehme Dann schiebe ich das Ding hier in das Loch rein Und dann drücke ich hier E fuel Ah, hier Mit shift kann man es beschleunigen übrigens Keine Elektrizität kommt dann wieder? Da muss ich jetzt wahrscheinlich nachfüllen, ne? Rain And power blackout When it is raining There is a chance of a power blackout You can use the generator as temporary power source If the generator runs out of fuel You have to wait until the power comes back You can upgrade the power room To never have blackouts again You can buy more jerry cans When using a flashlight Ah Ne, da steht nicht da, wie ich die flashlight use Danke Für diese Informationen, wie ich die flashlight nutze L F Power to L Da steht es doch Ne L to use the flashlight Nein Da steht es über mir, aber L funktioniert nicht Muss ich mir so ein Licht erstmal bestellen So eine Lampe Okay Okay, ich habe es bloß nicht gesehen, aber jetzt ist ja Das Licht ist an Intensität Knorke Ich hatte doch viel mehr Lieder drin Ne Hm turn on the generator achso er muss natürlich erstmal ungeturnt werden if a traffic jam happens you can help equipped steering wheel using tap interact with the stuck car to control it reset its position use the button at the motel entrance to reset main road traffic use the button at the motel entrance ok, ja, ja, ja ok, verstehe ich das soll ich jetzt machen, oder was use the computer to order some products to the shop, was ok genau, das Lenkrad haben wir ja hier damit kann ich die Fahrzeuge steuern ihr seht natürlich nicht, ob ich die Lampe ausgemacht habe, oder nicht ok, getränke brauchen alle witches die gibt es nicht was ist das hier, build pieces aha mhm 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 Ah, Backwarn Gift und Souvenirs Ähm Ich kaufe einfach mal ein Davon. Einfach um zu sehen, was passiert, wenn wir die kaufen. Products must be in a shelf, which must be plugged. You can adjust pricing in computer management pricing. You can upgrade your shop to contain more customers. Im Moment ist der Shop ja zu. The higher the shop rating, the higher customers will buy more products. The higher price you can set. Clean the shop. Ja, das machen wir. Das ist mein Job. Clean the shop. Und der Shop war, glaube ich, das hier, ne? Oh. Da fehlt mir natürlich die Trashcan. Wird eh abgebrochen, Donjo. Wird eh abgebrochen, Donjo. Ja, Rari ist ja auch mit Fiat. Warte mal. Haben wir nicht auch hier auch einen Container? Anfall. Kanai. ồT Dämpere Dämpere Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss mal eben eine Steckdose holen. Ich kann halt nicht ran. Wie komme ich an das Kabel? Gar nicht. Okay, Energie hat's. Ich hab jetzt natürlich nur ein Kühlprodukt gekauft. Und schon die Lieferung. Ich lese den Shop-Counter. Nun klar. Ich kann nichts sehen. Autoplast will interact with the shelf while holding a product box. Some shelves have specific products to put in. You can tag the shelves by interacting while holding nothing. You can't put products that requires fridge and regular shelves. Okay, das geht zum Beispiel nicht. Rescue while holding a box. You start placing products. Offensichtlich brauche ich hier Licht. Oder warum ist das Licht gerade ausgegangen? Für so einen kleinen Shop. So eine lange Schlange. Open the Shop for Customers. Nein, wir haben keine Produkte. Wo sind die jetzt? Wo ist die Lieferung? Okay. Und ... Wo ist die Christen? Stauert sich fantastisch. Warte ich irgendwas mit Edit Product Tags Nehmen wir kurz raus, was habe ich denn jetzt hier aus Barbecue Was haben wir hier noch? Lace Classic Nehmen wir die Rechte dafür TAUS, okay TAUS, Entschuldigung. Kann ich nicht? Ach doch. Wird sie einzeln einführen? Oh Gott. Okay, dann haben wir hier. Das sind die gelben Packungen. Können wir das vielleicht, das ist ja auch TAUS sein, Classic. Da gibt's hier Regen, ist unfassbar. Und ich habe einmal Getränke Oh, da passen auch viele rein. Ich glaube, ich habe dieses TAUS Water Seasalt. Ne, nicht das, was ich habe. Was habe ich hier? Great. Das ist aber kacke und man sieht nicht, was es ist. Ja, ich stehe direkt dahinter. Man sieht halt nicht genau, was es ist. Das ist irgendein Great. Grape Soda, nicht Great. Okay. Ich habe es auch gesehen. Wie viele passen da rein? Alter Schwede. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt keine weiteren Getränke. Ich habe jetzt noch die Tingles. Ich habe wahrscheinlich die falschen hier angeklickt, ne? Hier oben, oder? Ne. Vielleicht ist es doch egal. Kann ich die trotzdem hier einräumen? Ne. Auf jeden Fall noch ein Regal. Das müssen wir nachbestellen, bitte. Zu viele Produkte gekauft. Ist das Equipment? Ne, warte mal. Displays. Shelfs. Der hier. Kaufen. To Cart. Shop Products. Soft Wings. Sea Salt. Das hier. Und das hier. So. Order. Can't fit one of the products. Ah, jetzt haben wir doch normale Geschwindigkeit genommen, ne? Ja, nun. Es regnet. Wir haben gesagt, das könnte dadurch zerstört werden. Das Ding ist cool. Ja. Okay, ich vermute, dass wir auf jeden Fall noch irgendwo eine Wäscherei hinpacken. Oder einen Wäscheraum. Einen Waschraum. 21.05 Uhr. Wieder keine Elektrizität. Ja. Vielleicht braucht man doch gar nicht mehr, ne? Alles klar. Dann müssen wir den ja nochmal nachfüllen. Wenn nur der Mann ist. Ja. 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 Nein, können Sie. Nein. Ja. Nein, können Sie. Ja. 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 Vielen Dank.